Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Alexander Kolmogorcev und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie effizient und optimal mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten können. Wir leben in einer sehr globalisierten und digitalisierten Welt und das Thema Outsourcing wird immer relevanter. Auch im BI-Kontext werden bestimmte Aufgaben und technische Implementierung ausgelagert und von externen Dienstleistern übernommen. Vor allem der Tatsache geschuldet, weil Entwickler Mangelware sind. Das Outsourcen von SAP-Entwicklung birgt leider auch sehr viele Risiken in sich, vor allem wenn es um die Qualitätssicherung geht. Was extern entwickelt wurde, muss auch ordentlich abgenommen und überprüft werden. Und genau hier spielt das Thema Dokumentation eine entscheidende Rolle. Denn um die Abnahme und die Kooperation zu vereinfachen, bietet es sich an, wenn externen Entwickler ein Abnahmedokument erstellen und ihre Implementierung ordentlich und sauber dokumentieren. Leider ist es gerade im SAP BI-Kontext leichter gesagt als getan. Denn die Standardmittel der SAP geben nicht allzu viel her und unterstützen sie dabei nicht wirklich. Ich möchte Ihnen heute anhand eines praxisnahen Beispiels zeigen, wie die Kooperation mit externen Entwicklern für alle Beteiligten effizient und einfach gestaltet werden kann, ohne dass dabei ihr Budget explodiert oder dass sie auf die Qualität der Dokumentation verzichten müssen, von einer guten Qualität verzichten müssen. Genau, schauen wir uns kurz die Agenda an. Zunächst einmal möchte ich das in der Einleitung bereits skizzierte Problem nochmal anhand eines Use Cases genauer beleuchten. Anschließend möchte ich Ihnen eine Lösung des geschilderten Problems präsentieren. Und zu guter Letzt möchte ich das Ganze nochmal zusammenfassen und die Lösungen und Probleme nochmal zusammenbringen, dass Sie es nochmal auf einen Blick sehen, wie wir Sie in den besagten Problem unterstützen. Okay, verlieren wir keine Zeit und starten mit den Problemen. Warum ist es so häufig so schwierig, eine effiziente Abnahme durchzuführen der Entwicklung? Die Wichtigkeit von hochwertigen und detaillierten Abnahmedokumenten habe ich Ihnen ja bereits kurz in der Einleitung skizziert. Schauen wir uns das Ganze nochmal bezogen auf einen Use Case an und dafür muss ich ganz kurz die Ausgangssituation beschreiben. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Pharmaunternehmen und wir haben gleichzeitig einen BI-Projektleiter, das ist Steffen. Steffen ist verantwortlich für das Einkaufsdatenmodell und er ist auch der technische Ansprechpartner des Fachbereichs, in dem Martin arbeitet. Martin sehen Sie auf der linken Seite. Martin kümmert sich um das fachliche Reporting, um Analysen, die auf diesem Datenmodell basieren und ein wichtiger Punkt ist der, wie bereits gesagt, es herrscht Entwicklermangel. Das heißt, das Unternehmen engagiert einen externen BI-Entwickler, nämlich in dem Fall James. Die Kommunikation erfolgt auf Englisch, da das Unternehmen im Ausland sitzt. Kommen wir jetzt zum Use Case. Martin benötigt eine neue Query für sein Reporting. Es soll darum gehen, dass für jeden Referanten unterschiedliche Liefer-KPIs aufgelistet werden. Dafür muss eine neue Query erstellt werden und das soll outgesourced werden. Diese Query soll extern von James entwickelt werden. Unter Berücksichtigung der fachlichen Anforderungen von Martin erstellt Steffen eine Setcard, in welcher die technischen Anforderungen definiert sind. Er hängt dieses Excel-File an einen Jira-Task, in dem auch die Aufgabenstellung nochmal aufgelistet ist und weist diesen Task James zu. Schauen wir uns diesen Task einmal an. Was sehen wir? Nun zunächst einmal eine kleine fachliche Definition, was berücksichtigt werden soll. Dazu soll eine Query erstellt werden, basierend auf diesem Einkaufs-Composite-Provider und weitere Informationen, weitere technische Dokumentationen finden wir dabei in der angehängten Setcard. Schauen wir uns die Setcard an. In der Setcard sehen wir schon mal ein paar bestimmte Definitionen. Wir sehen zum Beispiel die Query-Properties, allgemeine Einstellungen, auf welchem Info-Provider das Ganze basieren soll. Wir sehen, welche Variablen verwendet werden sollen, welche Basis-Kennzahlen berücksichtigt werden sollen, Merkmale, dann die freien Merkmale, lokale Selektionen und Formeln und Filter, wie wir hier sehen. All das ist hier schön aufgelistet und definiert und dieses Dokument bekommt jetzt James. Gehen wir einfach davon aus, dass ein bisschen Zeit vergangen ist und James hat die Query erfolgreich gebaut. Das heißt, das ist jetzt die Query. Wir sehen, wenn wir nochmal kurz hochscrollen, den technischen Namen, das passt, das ist der technische Name, die Beschreibung, das basiert auf dem richtigen Info-Provider. Wir sehen auch, dass hier die Variablen auch hier aufgelistet werden, wie es beauftragt war und genau. Das heißt, all das wurde jetzt berücksichtigt und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Schritt, der definiert ist in dem Task selbst. Denn hier steht ganz klar, James, ich brauche zwei Abnahmedokumente, einmal für den Fachbereich und einmal für mich, für die IT. Und die genauen Anforderungen sind ebenfalls definiert und das ist vorher schon abgesprochen, was es für Anforderungen gibt und die schauen wir uns nochmal kurz in der Präsentation an. Wir beginnen mit der fachlichen Abnahme. Die fachliche Abnahme, die macht Martin, unser Fachbereichsmitarbeiter und Martin möchte sicher gehen, dass seine fachlichen Anforderungen auch wirklich berücksichtigt wurden. Er hat keinen Systemzugang und braucht deswegen unbedingt die Dokumentation und ist auch darauf angewiesen. Die Dokumentation soll dabei leicht verständlich und auf Deutsch sein. Sie soll auch keinen allzu hohen Detailgrad haben, da es ihm nicht um die technischen Details geht, sondern er einfach nur checken möchte, ob er damit sein Ziel erreicht, sein fachliches Ziel. Steffen hat auch Anforderungen. Er macht nämlich die technische Abnahme und er möchte sicher gehen, dass James das umgesetzt hat, was gefordert wurde und was in der Setcard definiert wurde. Dafür benötigt er zeitnah nach der Implementierung eine detaillierte und vor allem eine offizielle Dokumentation, nämlich ein offizielles Abnahmedokument, am besten im PDF-Format. Die Sprache soll Englisch sein, denn zukünftig sollen auch weitere Entwickler damit arbeiten. Wichtig ist vor allem auch, dass es den zeitlichen Rahmen nicht sprengen darf, da ansonsten die Projektkosten explodieren und das möchte natürlich weder das Unternehmen noch Steffen. Dementsprechend soll es weiterhin ein sehr geringer Kostenaufwand bleiben. Was für Probleme kommen auf James zu, wenn er diese Dokumentation erstellen soll und gleichzeitig unter Berücksichtigung der Anforderungen? Ich denke mal ganz offensichtlich ist es schon mal, dass es sehr zeitaufwendig ist, denn die SAP-Standardmittel bieten leider keine Funktionen an, um solche Dokumentationen zeitnah zu erstellen. Das heißt, er muss sich manuell um die Dokumentation kümmern. Was dazu führt, dass er zusätzliche Stunden in Rechnung stellen will, das will nicht Steffen, das will auch gar nicht erst das Unternehmen. Das Projekt wird somit verlängert. Er muss sich an ein vorgegebenes Dokumentationsstandard halten, was die ganze Sache nicht einfacher macht. Die Dokumentation soll nämlich durchsuchbar sein und er kann nicht einfach Screenshots von Eclipse machen und dementsprechend die Query-Definitionen dann dort einfach nur reinpasten in ein Word-File. Gleichzeitig muss er zwei Dokumentationen für unterschiedliche Zielgruppen erstellen und einmal sogar in einer Sprache, die er nicht spricht, nämlich eine deutsche Dokumentation für Martin. Ein weiterer Punkt ist der, ändert sich irgendwas im System, so muss er die Dokumentation erneut anfassen. Er muss sie sofort anpassen, eventuell neu erstellen, aber wenn es eine kleine Erinnerung ist, zumindest mal nochmal anpassen an der jeweiligen Stelle. Zusammengefasst lässt sich sagen, es handelt sich um eine Sisyphus-Arbeit, die sehr, sehr viel Aufwand generiert und gleichzeitig ist der Output, der daraus kommt, die Dokumentation nicht wirklich befriedigend für keine der Seiten. Dementsprechend steht das auch in keinem Verhältnis mit dem Aufwand, der entsteht auf James' Seite. Und genau hier setzt unsere Lösung an, nämlich der Doku-Performer. Denn wir versuchen mit Hilfe der automatisierten Dokumentation, all diese Probleme zu lösen. Und wie wir das machen, das zeige ich Ihnen am besten in unserem Tool selbst. Dafür öffne ich die Performer Suite und Sie sehen hier die initiale Ansicht der Performer Suite. Wir sehen, wir sind mit einem bestimmten BW-System verbunden, in dem Fall ein BW-4HANA-System. Auf der linken Seite sehen Sie die unterstützten Objekttypen und hier dann, dadurch, dass ich alle Objekttypen angeklickt habe, alle Objekte des jeweiligen Systems in einer flachen Liste. Ich kann diese flache Liste zu meinem Vorteil nutzen. Ich kann sie nämlich durchsuchen nach bestimmten Werten. Ich kann zum Beispiel hier z pur v 0 4 eingeben. Das ist dann im Endeffekt meine Query. Das ist die Query, die erstellt wurde. Die haben wir auch vorhin in Eclipse gesehen. Und was kann ich nun machen? Nun, der erste Schritt ist der, dass ich Kommentare erstellen kann. Ich kann auf Show, Edit, Comment gehen und kann mir den Kommentar der Query anzeigen lassen. Wir sehen auch schon, James hat bereits mit dem Doku Performer gearbeitet und hat bereits ein paar Informationen hinzugefügt in die jeweiligen Kapitel. James könnte jetzt ganz einfach unter Business Aspects den Inhalt, der auch in dem Task definiert ist, hinzufügen und das Ganze abspeichern, sodass diese Informationen Teil der späteren Dokumentation sind. Das ist vor allem deswegen hilfreich, weil häufig sehr viel Wissen in den Köpfen der Entwicklern steckt. Und wenn es sich gerade um externen Entwickler handelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie vielleicht das Unternehmen irgendwann verlassen und gleichzeitig verlässt auch dieses Know-how das Unternehmen. Und genau mit dieser Kommentarfunktion lässt sich das optimal verhindern. Okay, der Kommentar ist jetzt erstellt und jetzt möchte ich natürlich die Dokumentation durchführen. Und die erste Dokumentation ist die technische Dokumentation. Dafür wähle ich eine bestimmte Dokumentationsvariante aus, denn ich möchte ja, dass der höchste Detailgrad berücksichtigt wird bei der Dokumentation. Und das Ganze muss auf Englisch sein. Okay, das heißt, ich mache einen Rechtsklick, klicke auf Create Documentation und wähle PDF als Format aus. Der Dokuperformer verbindet sich jetzt mit dem SAP-System und holt sich die gesamten technischen Informationen bezüglich dieser Query aus dem System. Lies das also wirklich alles in Realtime aus. Und Sie werden gleich auch sehen, dass der Kommentar, den wir auf der rechten Seite haben, auch berücksichtigt wird. Aber das ist ein wichtiger Punkt, nicht komplett, sondern nur das, was für die IT relevant ist. Nämlich in dem Fall die General Information, die Target Groups, vielleicht ein bisschen was zu Special Logics. Das sind die Punkte, die relevant sind. Der Business Part ist an der Stelle dann erst mal nicht drin. Die Dokumentation ist fertig. Ich öffne die Dokumentation. Und das ist meine erste IT-Dokumentation. Was sehen wir nun? Zunächst einmal oben ein Header. Das heißt, ein bestimmtes Word-Template wurde hinterlegt von James und wurde dann noch mal gewählt. Hier können Sie natürlich Ihr eigenes Template wählen, Ihr eigenes Word-Template nehmen, Ihr unternehmensinternes Template. Dann sehen wir ein paar Informationen. Ich zoome kurz ein bisschen raus und dann sehen wir erst mal ein Inhaltsverzeichnis, das automatisiert generiert wurde. Wir sehen hier die technischen Informationen, die Sie vorhin auf der rechten Seite gesehen haben. Weiter gehen wir runter und sehen bestimmte Query-Properties, die hier drin sind. Dann sehen wir die Variablen, Infos zu Variablen. Noch mal ganz kurz nach oben. Wir sehen zum Beispiel, auf welchem Info-Provider das Ganze basiert. Wir sehen zum Beispiel auch, was das für eine Version ist, wer es zuletzt bearbeitet hat und so weiter. Dann sehen wir noch Informationen zu den Variablen, die gesamten Einstellungen, die getätigt wurden zu den Variablen. Wir sehen dann noch mal die Filter, die gesetzt wurden an den jeweiligen Merkmalen. Hier die Variablen, auch die werden hier angezeigt. Dann sehen wir noch mal die freien Merkmale. Das war es dann. Das heißt, das ist die Dokumentation. Und ein wichtiger Punkt bezieht sich auf den Detailgrad. Denn Sie haben jetzt gesehen, wir haben mit einem Klick eine strukturierte und übersichtliche Dokumentation erstellt. Innerhalb von wenigen Sekunden. Und Steffen kann jetzt überprüfen, ob die technischen Anforderungen wirklich berücksichtigt wurden. Jetzt geht es aber darum, dass die zweite Dokumentation erstellt werden muss. Und da geht es darum, eine Dokumentation zu erstellen mit einem geringeren Detailgrad. Wie machen wir das? Nun, wir können ganz einfach eine Business-Variante auswählen. Eine Variante, wo der technische Inhalt, den wir aus Ihrem System erhalten, noch mal gefiltert wird. Und nur das berücksichtigt wird, was wirklich interessant ist für den fachlichen Bereich. Dafür wechsle ich kurz die Variante. Auch die Kommentare sollen. Ich möchte nur diese Kommentare sehen. Nur diese beiden sind von Interesse. Die Sprache soll deutsch sein. So, ich kann jetzt ganz einfach hier draufklicken und dann noch mal die PDF-Dokumentation starten. Und der Doku-Performer verbindet sich erneut mit dem System. In dem Fall unser BW4ANA-System. Und holt sich die Information, filtert sie aber diesmal, sodass nur die Informationen integriert werden in Dokumentationen, die wirklich relevant sind für den Fachbereich. So, öffnen wir nochmal das Dokument. Und dann sehen wir, wir haben hier fünf Seiten. Da haben wir acht Seiten. Das heißt, hier ist schon mal ein bisschen weniger drin in unserer fachlichen Dokumentation. Wir sehen, hier ist der Kommentar etwas eingeschränkter. Er bezieht sich auf andere, eher fachlichere Themen. Wir sehen, dass die Querie-Eigenschaften, dass da ein bisschen weniger drin ist als hier in dieser Tabelle. Und dann, wenn wir weiter runtergehen, sehen wir, es handelt sich hier eher um eine Auflistung von den einzelnen Reporting-Elementen, wohingegen in der detaillierten Version nochmal wirklich ganz genau steht, zum Beispiel, was ist hier Value-Display? Und in dem Fall, was für Einstellungen wurden getroffen an den jeweiligen Elementen? Das wird hier nochmal genau definiert, was eher für Steffen interessant ist, nicht jedoch für Martin. Er interessiert sich wirklich nur für die Einschränkungen, die getätigt werden. Höchstens noch für die Formeln hinter den Calculated-Kiefigern. Und das war's. Okay, das heißt, er könnte jetzt ganz einfach die beiden Files hochladen in dem Jira-Task. Das habe ich jetzt hier vorhin schon gemacht. Beide wurden hochgeladen und dann kann man den Task auf Done setzen. Das war's. Das heißt, wir haben jetzt, unser James hat jetzt beide Dokumentationen in Rekordzeit finalisiert und erstellt und ist mit seinem Task durch. Wenn jetzt etwas Zeit vergeht und Martin die Dokumentation sich anschaut und sie auf fachliche Aspekte hin überprüft, dann gehen wir mal davon aus, dass es zu einem Change Request kommen muss. Warum kommt es zu einem Change Request? Nun, Martin ist aufgefallen, dass er mit einem Variablen-Setting nicht ganz zufrieden ist. Worum geht's da? Ich öffne kurz Eclipse und mache mal hier den Vollbildmodus. Es geht um folgendes. Es geht um dieses Merkmal und es geht darum, Martin möchte für ein bestimmtes Merkmal, nämlich Zero Plant, eine neue Variable, in der auch eine Mehrfacheingabe möglich ist. Und das ist nun mal bei dieser Variable nicht möglich. Was tut er also? Er klickt nochmal auf Einschränken und führt kurz den Change Request durch. Der James in dem Fall, der Entwickler selbstverständlich, nimmt sich der Aufgabe an, speichert das Ganze und ist durch. Was haben wir nun für ein Problem? James muss jetzt die Dokumentation erneut erstellen. Es gab nämlich eine Systemänderung und dementsprechend muss er die Dokumentation nochmal updaten. Das ist das Problem, was ich vorhin erwähnt habe. Und auch im Doku Performer ist das mit einem Klick möglich. Wenn also jetzt die technische Dokumentation nochmal angepasst werden muss, dann kann das ganz einfach erfolgen, indem ich die Dokumentation einfach erneut durchführe. Ich kann einfach dann hier nochmal auf Create Documentation gehen. Noch einmal wähle ich das PDF-Format aus. Und dann werden wir gleich sehen, wenn ich mir schon mal hier die Variable kopiere, den technischen Namen, damit ich gleich das Dokument durchsuchen kann. Das ist auch natürlich ein riesiger Vorteil. Ich kann das komplette Dokument durchsuchen, muss mich nicht durchscrollen. Wir suchen jetzt nach dieser Variable und sehen dann hier, Moment, hier ist genau das, was wir vorhin, was James vorhin in Eclipse gemacht hat, nämlich diese Z-SISO-Plant-Variable hinzugefügt zum Merkmal 0-Plant und eine neue Einschränkung in dem Fall hinzugefügt. Genau, das heißt, Martin ist jetzt zufrieden. Springen wir nochmal kurz zurück in die Präsentation. Das heißt, wir haben jetzt, James hat alle Anforderungen erfüllt, es existieren jetzt neue technische Dokumentationen und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt, was Sie jetzt gesehen haben. Zunächst einmal, der Doku-Performer kann in kurzer Zeit und ohne Aufwand effizient ein akkurates Abnahmedokument erstellen. Das haben Sie gesehen. Ich kann mit wenigen Klicks die Dokumentation durchführen, sodass es im Endeffekt sehr hilfreich ist, vor allem wenn es um die Kooperation mit externen Entwicklern geht. Diese Kooperation wird auch vereinfacht durch die Kommentare. Das heißt, Wissen kann an Objekte gehängt werden, sodass es nicht verloren geht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Glaubwürdigkeit, denn diese Glaubwürdigkeit steigt. In unserem Use Case konnte James die Dokumentation toolgestützt erzeugen und man glaubt einer toolgestützten Dokumentation natürlich mehr als einer Dokumentation, die manuell erstellt wird, weil es eher zu Fehlern kommen kann. Alles, was nicht automatisiert durchgeführt ist, ist leider sehr fehleranfällig. Das heißt, die Glaubwürdigkeit steigt schon mal. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zur Überprüfung. Wenn die Abnahme erfolgt, wenn Steffen sich wirklich nochmal anschaut, ob die Anforderungen alle erfüllt wurden, dann muss er nicht jedes Mal ins System springen und ins SAP-System springen und nochmal wirklich nachschauen, ob wirklich alles, ob seine Setcard quasi auch wirklich umgesetzt wurde, technisch von James. Wenn wir uns mal vorstellen, dass wir zum Beispiel ein ganzes Datenmodell dokumentieren möchten, wo vielleicht noch ein Calculation View vorkommt, weil es ein Mixed-Szenario vorkommt, vielleicht kommt in dem Datenmodell noch ein BO-Bericht oder ein SAC-Story vor, dann ist es richtig aufwendig. Wenn ich in alle Tools springen muss von der SAP, in den Lumira Designer, SAP Analytics Cloud öffnen muss, dann nochmal Eclipse öffnen muss, das ist sehr aufwendig. Und hier hat Steffen ein Dokument, in dem alles vereint wird und er sich einen perfekten Überblick verschaffen kann, weil wirklich alle Implementierungen nochmal detailliert aufgelistet werden. Gleichzeitig können internen und externen Dokumentationsstandards und Anforderungen berücksichtigt werden und eingehalten werden durch die verschiedenen Exportvarianten oder durch Word-Templates, die hinzugefügt werden. Das ist alles möglich. Die Implementierungen sind auch alle nachvollziehbar. Das kann man schön erweitern bzw. anpassen, indem man die Settings-Varianten, die ganzen Exportvarianten, das Aussteuer, den Detailgrad aussteuert, sodass die Zielgruppe, die die Dokumentation konsumiert, auch nur die Details bekommt und die Infos bekommt, die auch relevant für sie sind. Und man kann mit Kommentaren noch mehr Erklärungen liefern, Erläuterungen. Und das Allerwichtigste, die Projektkosten bleiben im Rahmen. Zusammengefasst lässt sich also sagen, diese Mammutaufgabe der Dokumentation lässt sich zeiteffizient erfüllen und alle Protagonisten sind, wie wir auf dieser Folie sehen, glücklich. James muss diese wirklich anstrengende Arbeit nicht manuell durchführen, sondern hat ein Tool und die Dokumentationen, die rauskommen, sind für Steffen und Martin zufriedenstellend und sie können damit eine gute Abnahme durchführen. Okay, damit bin ich durch mit meinem Webinar, mit dem inhaltlichen Teil. Wenn Sie Interesse haben, unser Tool, den Doku-Performer oder auch andere Produkte zu testen, dann können Sie dies tun für 30 Tage kostenlos und vollumfänglich, also wirklich den vollen Funktionsumfang. Und wir liefern Ihnen auch eine Testeinleitung. Wir können auch gerne eine individuelle Web-Session vereinbaren, wo wir auf Ihr ganz individuelles Problem eingehen, falls Sie auch solche Probleme mit der Dokumentation haben. Und ja, das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie auch zukünftig bei weiteren Webinaren dabei sind und sich unsere Tools anschauen. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Tschüss.